du bist aus dem weißen nichts zurückgekehrt das ist nicht der normale lauf der dinge einer ihrer mondwinkel hebt sich es ist fast ein lächeln was ist geschehen ich sah wie wieder mitmaufe geheilt wurde was ist mit der bestie ist sie wirklich wahrhaftig erschlagen der ist sie das ist nicht mehr wenn heider atmet tief und komplett unnötig ein und wieder aus ihre schultern fallen leicht nach unten und zum ersten mal seit du sie getroffen hast wirkt der geist wirklich entspannt ich habe sehr lange zeit gewartet um das zu hören wächter sie lächelt und du bemerkst dass die umrisse von den becken durch ihren körper hindurch dass du die umrisse von den becken durch ihren körper hindurch wahrnehmen kannst sie vergeht ich fühle mein ende kommen ich habe dir dafür zu danken möge deine reise sicher sein oder andernfalls der ende schnell und schmerzlos jetzt dieser letzten segnung gibt römergans auserwählte wächterinnen sich der anziehungskraft des weichsten nichts hin plonk ok ja und alles andere hier ist bereits erledigt glaube ich oder steht er noch hier rum nein sieht ich dann auch aus also haben wir das hier auch geschafft besser des winters hat nicht mal mehr eine haupt quest wo ist sie denn die bestie des winters hier ja ein verehrter gast die brücken im flamme oder unermesslich tiefes gebiet des todes gut ich bin hier ist hier das hort hin abgestiegen ist bleibt mir keine andere wahl als mich der drachin zu stellen die römergans reich verwüstet hat nachdem ich sie gestellt hatte zerfielen ihre sie das hort und spuckte mich in die tunde das weiß nichts aus römergans und rinheim der warten mich beide dass es aus den tiefen keine rückkehr mehr gab welche wieder legen will und nach josa zurückkehren will muss ich das reich nach einem ausgang durchforsten ich trotz der römergans und besiegte seinen meister im kampf er warf mich ohne umschweifel wieder in die welt der lebenden zurück ja dann verlassen wir diesen ort für immer und ewig geben noch die nebenquests in der potenwacht ab gucken was wir da noch tun könnten also der kampf jetzt gegen römergans war nicht so schwierig wie ich erwartet habe es sind wahrscheinlich wirklich nur die großen bestien die wirklich schwierig sind also die vier super bosse der komische kleberberg da also der zur botenwacht zurückkehren ja danke das ist eine gute idee dass es so schnell geht so ja der große teer klumpen da die super magierin die spinnen kristallspinnenkönigin und das letzte was ich noch nicht gefunden habe wo auch immer das versteckt liegt eigentlich habe ich alles erkundet die verbrannten bücher in deinem bündel werden warm wo er dicker will mal wieder was von uns der marschprecher der ganze eisberg erbebt als hättest du ihn abgestochen was hast du getan dieses dein volk warten hier kümmerst du dich darum warten wir gehen sofort heftig zu husten schafft es aber trotzdem zustimmen zu nicken schwestern brüder wir werden wir kehren vom jenseits des reichs römergans zurück kann ich seiner desolaten schönheit gerechtigkeit tun ich denke nicht es war immer ganz will dass der drache der uns bedrohte ausgesandt werden sollte und so war es auch ein paar der boten sehen sich verwirrt an aber warten ihr fährt fort die beste des winters ist mit unserem glauben sehr zufrieden bald werden wir alle mit einer ruhephase von unseren mühen belohnt ja vorhin hat euch während meiner wesenheit geführt ich würde darum bitten dass er dies auch weiterhin tut so dass ich meine reise mit dem demasprecher fortsetzen und die wahrheit trümer ganz verbreiten kann fantastisch ein vallianisches schimpfwort seufzt und schüttelt ihr den kopf moment was wirklich nicht ihr alle müsstet eure schiffe beladen und diesen eisberg verlassen so ist so ist es geschehen und so soll es sein mit der schulter zucken das ist nahe genug nehmen wir die drei wartet rutsche die stunden sagt aber nicht er betracht dessen dass die meisten ihrer häuser zu anfang boote waren müssten sie nur alles nach oben drehen und wären fertig er der liegt vor sich hin die dorfbewohner stören ihn schweigend an aber aber du hast die beste des winters getroffen sicherlich verstehst du die bedeutung unserer arbeit hier ich habe die beste des winters getötet ja zetteln wir gleich mal den aufstand bei den römergant gläubigen doch an wir warten jetzt sagt der römergant ist zufrieden deine arbeit ist getan welche arbeit wäre das genau wie es mir scheint sitzt du meistens beim fischen du wirst es nicht wer das römergant dich beachtet nichts was du tust gefällt ihm hört zu ihr spezorigen idioten kommt von diesem eisberg und da geht jetzt nehmen wir die 1 oh ja von windet sich den anderen boden zum blickt dann zu dir zurück und richtet schließlich seinen blick auf die versammelten gestandenen gut gemacht jeder von euch das alles einfangen ist wahrhaftig ein gesegneter tag preist alle die beste des winters preist alle den dämmersprecher ja geben wir doch die quest ab die wir haben und dann runter von diesem ort und das hier sieht mir ja also wie ein ziemlich komisches schiff aus wobei da ist der mast ja so brief Was heißt das jetzt wieder? Ich bin froh, dass du es uns zurück geschafft hast, der Marsch-Sprecher, okay? Du sollst jetzt noch etwas, was du wissen wolltest? Ich habe deine Schwester gefunden. Hast du... Wo ist sie? Ist sie... Ist sie am Leben? Tut mir leid, sie hat es nicht geschafft. Sie hat mich gebeten, ihre Sehne in den Konstrukt zu transferieren. Das habe ich jetzt getan. Sie hat was? Und du hast das zugelassen? Ich muss zu ihr. Sie bin so schnell und versucht, diese Neuigkeit zu vertrauen. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Ich muss sie finden. Danke, Dingemarsprecher. Danke für alles. Die letzte Pilgerfahrt. Ihre letzte Bitte ist es nicht. Wo ist denn die letzte Pilgerfahrt jetzt? Ah, hier. Erschreckt vor der Verwandlung ihrer Schwester in ein Konstrukt verließ Brüffer, die boten Wart um selbst Eris im Raureif-Tempel aufzusuchen. Ich sollte ihr eigentlich hinterher. Ich habe ihre Schwester schon mehr oder weniger getötet. Sie jetzt auch noch in den Tod gehen zu lassen, wäre vielleicht nicht die beste Idee. Ja, hochklettern. Heute schließen wir auf jeden Fall die Bestie des Winters ab. Vielleicht kommen wir auch zu spät und sie ist bereits von ihrer Konstrukt-Schwester getötet worden. Das ist ein Hinabklettern. ... ... ... Obwohl es größtenteils intakt ist, scheint das Konstrukt irgendwie aneckt zu haben. Meine Spur ist süßig duftender grüner Flüssigkeit, wenn sie sich am Panzerländer stehen nach unten. Das eine ist unter ihr, ist schwarz, als wäre es verbrannt. Das Leck untersuchen. Eine Klappe an der Seite des Konstruktorov im Bads an innen nehmen. Im Inneren kannst du den Behälter sehen, aus dem die Flüssigkeit austritt. Das hinter der Maschine ist doch voll zahrend und ähnlicher Schar verteilt. Und eine falsche Bewegung könnte ich einen Finger kosten oder noch mehr. Dem Konstrukt Flüssigkeit entnehmen. Noch mehr Konstrukt Flüssigkeit. Jetzt habe ich da von schon zig. Oh, und ich habe Weitfels Sonnenuhr. Leben durch den Tod. Zählt also der Gegenstand und sie zählt ja auch hier ein? Ja, Tatsache. Jetzt habe ich mehr Konstrukt Flüssigkeit, als ich brauche. Könnte ich dem Braumeister noch geben. So, dann gucken wir mal. Hier dürfte ja nichts mehr sein, außer die Leiche. Und das ist ihre Schwester. Ja. Das ist recht kacke gelaufen. Also zurück. Was will mir denn, wo ich D.K. jetzt eigentlich unter die Nase reiben? Da sehe ich Römergrant verpöbelt habe. Jetzt soll ich hochklettern. Na ja, der Eisberg dürfte jetzt im Todesfeuer abtauen, jetzt wo der Widmauf geschlossen ist. Eigentlich ist es im Todesfeuer ja recht warm. Ja, absteigen, beenden. Bist du noch was zu sagen? Was bedeutet das alles? Ja, das ist alles vor die Hunde geht. So, dann gucken wir noch bei dir. Ob du noch mehr von dem Giftzeug verhandeln bist. Vielleicht dir etwas helfen. Äh, Versteck. Okay, Questgegenstände kann ich nicht verkaufen. Macht doch irgendwie Sinn. Vielen Dank. Vielen Dank.